Die Personalfrage muss man auf mehreren Ebenen lösen. Ein Ansatz ist natürlich das Thema Ausbildung. Wir brauchen eine große Ausbildungsoffensive, die auch begleitet sein muss von einer entsprechenden Kampagne, damit wir unsere Zielgruppe finden. Das sind zum einen jungen Menschen, die vor der Berufswahl stehen, das sind aber auch Berufsumsteigerinnen und es gibt durchaus noch weitere Gruppen in der Bevölkerung, die die Pflege bisher nicht so sehr im Fokus hatten, aber die mit gezielten Kampagnen und mit gezielter Ansprache durchaus für die Pflege zu begeistern sind und auf die müssen wir aktiv zugehen. Nicht zu vergessen sind jene Kolleginnen und Kollegen, die in der Vergangenheit schon eine Ausbildung gemacht haben in der Pflege, die das System verlassen haben, aus welchen Gründen auch immer, aber die ja durchaus eine Leidenschaft für die Pflege haben und auch jene Gruppe kann man gezielt ansprechen und mit Wiedereinsteigerprogrammen wieder zurück ins System holen und das ist durchaus ein großes Feld, ein Potenzial, das wir ja noch offen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.